Unachtsamkeit führte gestern Abend zu einem Feuerwehreinsatz in Lüdenscheid an der Kölner Straße. Eine Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses war bei Eintreffen der Feuerwehr verqualmt. Die Ursache ein Elektroherd, bei dem alle vier Platten auf voller Stufe eingeschaltet waren und Gegenstände, die auf dem Herd brannten. Die Bewohnerin konnte sich nicht erklären, warum die Herdplatten alle eingeschaltet waren. Angeblich hatte sie den Ofen nicht eingeschaltet. Unter schwerem Atemschutz drangen die Blauröcke schließlich in die Wohnung vor, um den Herd auszuschalten und die Wohnung durchzulüften. Da keine offenen Flammen festzustellen waren, erübrigte sich ein Löschangriff. Verletzt wurde niemand. Während des Einsatzes wurde die Kölner Straße in Richtung Stadtmitte einseitig gesperrt.